Herzlich willkommen bei einem Kramke-Podcast. Das ist jetzt gerade noch der Test Nummer eins und vielleicht ist Mobilität einfach nicht dein Ding. Darum geht es heute so ein bisschen. Das ist tatsächlich etwas, das musste ich mir auf Twitter durchlesen. Vielleicht ist dann Mobilität einfach nicht so dein Ding. Das hat nicht irgendwer gesagt, das hat Sascha Pahlenberg zu mir geschrieben, der Head of Digital Transformation bei Daimler. Und ich habe mir gefragt, ist das tatsächlich so, muss ich mir Gedanken machen, ist Mobilität vielleicht gar nicht so mein Ding. Ich habe mich da ein bisschen, naja, getroffen gefühlt. Dachte, das müssen wir mal zusammenpassen und deswegen geht es jetzt los hier mit dem Podcast. Viel Spaß. Es ist auch heute wieder nicht nur ein, ja, reiner Podcast, sondern es ist ein, ja, Pod und Videocast. Das heißt, die von euch, ihr könnt das entweder in meinem Podcast hören oder ihr vielleicht seht es auch gerade auf YouTube, denn da habe ich das Ganze jetzt auch nochmal gepostet, weil ich dachte, es ist mit so ein paar Bilder. Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte und deswegen, ja, gehen wir mal los. Ich, worum geht es eigentlich? Vielleicht ist Mobilität nicht so dein Ding. Wieso muss ich das lesen oder was? Wo kommt das zurück? Und ich dachte, ich fange einfach mal von vorne an. Und zwar hat der Sascha Pahlenberg, wie gesagt, hier steht es ja auch übrigens. Ja doch, ihr könnt das so gerade noch lesen. Warte mal. Former, na jetzt kann man es natürlich nicht mehr lesen, Möp. Ja, da kann man es lesen. Former Tech Blogger who became the Head of Digital Transformation at Daimler AG. Views are my own always. Da kann man drüber diskutieren. Na, obwohl, naja, wessen Ansichten sollen es sonst sein? Naja, er hat getweetet bei Twitter. Bei Twitter tweetet man. Hat er geschrieben, es gibt bezüglich der Transformation der deutschen Automobilindustrie eine ganze Menge Baustellen, aber hey Mercedes, unser MBUX Sprachassistent gehört nicht dazu. Im Gegenteil. Das ist mit Abstand das Beste, was die Branche zu bieten hat. Hashtag Daimler. Dazu hat er dann einen Artikel in der FAZ ja auch verlinkt, den er wohl gut fand. Ich bin mir nicht sicher, ob er ihn gelesen hat, aber er fand ihn gut. Sonst hätte er ihn wahrscheinlich nicht verlinkt. Ich lese mal gerade nur den Header vor. Mercedes Sprachassistent. Versteht Bach und Beethoven. Dann noch die kleine Unterschrift. Die Mercedes Sprachassistentin zeigt im neuen GLE, wohin der Fortschritt fährt. Selbst schwierige Aufgaben meistert sie mit Bravour. Und, ja, was soll ich sagen, wenn ich sowas lese? Also, das ist noch gar nicht so schlimm. Das hier, das ist das Beste, was mit Abstand das Beste, was die Branche zu bieten hat. Dann denkt so der kleine, ja, Bullshit, das Bullshit-Radar. Moment, Marc. Du hast jetzt schon so viele Autos getestet. Siehst du das auch so? Ist MBUX das Beste, was die Branche zu bieten hat? Und ich war natürlich neugierig. Ihr seht hier sechs Retweets und Kommentare. 65 gefällt mir Angaben. Und einer dieser Kommentar-Dinger ist das hier. Gehen wir mal rein. Das bin ich. So, ich habe den Artikel mir natürlich erst durchgelesen. Und ganz interessant in dem Artikel, warte mal, ich mache ihn auf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da jetzt in Teufelsküche komme oder nicht. Ich verlinke das auch nochmal drin. Hier steht nämlich drin, dass der Michael Speer begeistert war. Die Musikauswahl mit gehobenen Ansprüchen etwa für klassische Musik. Und zwar konnte das MBUX, wenn du Spiele Beethovens Appassionata gesagt hast. Hey Mercedes, Spiele Beethovens Appassionata. Dann wurde die Klaviersonate Nummer 23 gespielt. Und Siri würde dann halt immer die Mondscheinsonate abspielen. Und hier Spiele Actus Tragicus. Ja, dann kommt Bach. Die Bach-Kantate Gotteszeit ist die allerbeste Zeit. Naja, ist nicht ganz mein Musikgeschmack. Darum geht es nicht. Ganz interessant war, dass hier später im Artikel dann auch noch ein bisschen kommt, ja, du kannst die Sitzheizung damit anmachen. Den Satz hier fand ich noch interessant. Ansonsten hält sich der Nutzwort in Grenzen. Und zudem springt die Assistentin an, sobald man Mercedes sagt, weil man sich über das Auto, über die Marke unterhält. Das ist mir auch aufgefallen. Naja, ich habe dann dazu geschrieben, weil ich das vom Sascha so nicht stehen lassen konnte oder mal nachfragen wollte eigentlich. Absolute Nischenanwendung bei der Musikauswahl. Kann der Sprachassistent mittlerweile Witze erzählen? Und warum das witzig ist oder warum das wichtig ist, dazu komme ich gleich nochmal, warum der Witze erzählen sollte. Dann habe ich noch gesagt, wenn du den besten Sprachassistenten der Branche sehen willst, dreh mal eine Runde im Polestar 2 mit Android Automotive OS. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr mein Video da schon zugesehen habt oder meinen Podcast gehört habt, das hat mir sehr, sehr imponiert. Und dann hier noch gerade der Screenshot mit der Markierung von mir aus dem Artikel. Naja, das war so das, was ich dem Sascha dann geantwortet habe. Der Sascha antwortete mir darauf auch, keine Nischenanwendung, sondern ein Sicherheitsaspekt. Ob bei der Navigation, Temperatureinstellung etc. pp. Android Automotive OS nutzt da auch nur den gewaltigen Knowledge Graph von Android. Hey, Mercedes ist eine Ecke nischiger und optimierter. Gerade wenn es um den Kontext geht. Und ja, naja, dann habe ich da nochmal drauf geantwortet, zurückgefeuert. Das war am Sonntag, 19. Juli, ja, das war dann Sonntag. Mit Nischenanwendung meinte ich die Unterscheidung bei der Auswahl von klassischer Musik, die der Mick Speer, das ist sein Twitter-Handle von dem Autor, in dem Artikel beschrieben hat. Welcher Kontext soll das sein? Der Google Assistant bietet da einen deutlichen Mehrwert. Das habe ich beschrieben. Neun weitere Antworten. Ihr seht, es wird hitzig. Und dann antwortet der Sascha hier. Warte mal, vielleicht machen wir das ein bisschen, dass das für euch ein bisschen spannender hier und besser zu lesen ist. So. Keine Nischenanwendung. Ne, Moment, das hatten wir schon. Er zeigt damit ganz klar, wie umfangreich und detaillierte Abfragen mit Hey, Mercedes sein können. Von welchem Mehrwert im Auto sprichst du beziehungsweise welche Fahrslash-Navi-Funktionen sind da besser anders? Jetzt ganz ehrlich, Hey, Mercedes, spiele Beethovens Appassionata, halte ich jetzt weder für sonderlich detailliert noch umfangreich. Aber hey, meine Meinung. Wir kommen. Ihr merkt schon, ich baue ein bisschen Spannung auf, das Ding eskaliert jetzt gleich noch. Ja, also ich war immer noch nicht überzeugt, habe darauf geschrieben, ich sage ja Nischenanwendung. Und wahrscheinlich sind die genauen Treffer bei klassischer Musik auch eher auf die Katalogisierung bei Tidal, als auf die Spracherkennung zurückzuführen. Spracherkennung. Okay, kleine Rechtschreibfehler dürfen sein. Als auf die Spracherkennung zurückzuführen. Besser ist, dass man deutlich mehr Informationen abrufen kann. Also der erste Teil, das ist tatsächlich meine Meinung. Ich habe nämlich da noch mal drüber nachgedacht. Ich so, Moment mal. Wenn Mercedes das kann, dann nimmt Mercedes die Spracherkennung und leitet die nach Tidal weiter. Mercedes benutzt ja als Streaming-Dienst momentan im MBUX nur Tidal. Ganz cool tatsächlich, wenn ihr euch, ich weiß nicht, wie das ist, beim EQC war es so, wenn ihr euer Konto da mit einem MBUX verknüpft, dann war es zumindest bei mir im Test so, dass ich quasi ein Jahr Tidal umsonst bekommen habe, auch mit dem High Quality. Das ist übrigens ein ganz cool bei Tidal. Ihr könnt die streamen in höherer Qualität als andere. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das MBUX das tatsächlich nutzen kann. Das bringt mich dazu, dass ich das immer mal nachfragen wollte. Oder ob MBUX am Ende auch nur hier, sage ich mal, die normalen 320K-Bit als Streaming nimmt und gar nicht jetzt hier auf diese ganz hohen Qualitäten zurückkraft bei Tidal. Das wäre mal eine interessante Frage. Ich weiß auch, wem ich die stellen kann. Das ist, werde ich nachher noch eine E-Mail zu fertig machen. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das tatsächlich unterscheiden kann, ist einfach nur, dass bei Tidal die klassische Musik ein bisschen besser katalogisiert ist bei Tidal als vielleicht bei Apple Music. Das ist überhaupt gerade klassische Musik. Das habe ich mal mitgelesen. Da muss ich den Michael Speer hier recht geben. Da haben, glaube ich, viele, viele Online-Kataloge ganz, ganz große Probleme mit. Und da gibt es tatsächlich sogar eigene Apps für, die versucht haben, dieses Problem zu lösen. Also wo ihr quasi nur einen Streaming-Dienst für klassische Musik habt, weil das halt oftmals irgendwie genau dann, ihr sagt das ein und er spielt was ganz anderes, weil das nicht genau abkategorisiert, nicht genau am Katalog drin steht. Naja, dann noch mein Hinweis. Besser ist, dass man deutlich mehr Informationen abrufen kann, weil das ist das, was mir beim Polestar so hervorragend gefallen hat. Nämlich zum Beispiel, da kommt erst mal die, da kommen wir gleich zu. Jetzt fragt der Sascha jetzt. Dann hat der Sascha auch ein bisschen Blut geleckt, glaube ich. Es wurde, ich hatte das Gefühl, es wurde hitziger. Auch jetzt dieser leicht ironische Tonfall wieder. Das ist so Sascha. Aber hey, Sascha, wenn du das kennst, wenn du das tatsächlich siehst. Ich meine, du hast mich jetzt schon blockiert auf dem einen oder anderen Kanal. Vielleicht siehst du es dir ja an. Du bist doch auch immer jemand, der gerne Rants macht. Jetzt mache ich mal einen Rant, einen Daimler-Rant, wenn du so willst, weil du bist da Head of Digital Transformation. Und jetzt dieses, und ich weiß, wie deine Rants sind. Dann würdest du, wenn du das hier liest, sei doch mal ehrlich, du hättest dasselbe gemacht, was ich jetzt mache, oder? Und jetzt kommt dieses, weil das ist dieses Video, dieses Nachbohren. Hier mal sehen, ob der Markt denn überhaupt weiß, wovon er redet. Dann kommt dieses nämlich. Jetzt kommt, ich zitiere, die Podcast-Hörer, die müssen das deswegen, damit die wissen, dass ich jetzt zitiere. Was ist denn nun besser? Jetzt lass mich doch mal nicht so lange nachbohren. Lach, Smiley. Ich nutze den Google Assistant auf vier Smart-Speakern in meiner ganzen Wohnung. Welche Mobilitätsfeatures sind bei Android Automotive besser im Vergleich? Habe ich gesagt, gar kein Problem. Es ist schade, dass man jetzt hier den Timestamp gar nicht sehen kann, weil ich relativ zeitnah, glaube ich, immer geantwortet habe. Kann man nicht den Timestamp sehen? 10.59 Uhr. Doch, ich kann den Timestamp sehen. Dann, wann ist meine Antwort? 11.05 Uhr. Sechs Minuten später. Erzähl einen Witz. Wie weit ist es bis nach? Wie hoch ist der Kölner Dom? Wie viele Menschen leben in Köln? Bevor du noch weiter nachbohrst, wie wäre es denn jetzt, wie wäre es, wenn du jetzt mal begründest, warum, hey Mercedes, und jetzt Anführungszeichen, mit Abstand das Beste, was die Branche zu bieten hat? Anführungszeichen, S-I-C. Ich habe schon wieder vergessen, SIG ist, SIG ist Skriptum, oder so was heißt das doch, glaube ich, ne? Wirklich so. SIG ERAT Skriptum, fast. SIG ERAT Skriptum, so stand es geschrieben. Wollte damit darauf hinweisen, dass es sich um ein wörtliches Zitat gehalten hat. Und, ja, jetzt geht es los, weil bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, wir hätten wirklich eine Diskussion, eine sachliche Diskussion. Anscheinend, ja, habe nur ich das gedacht, weil jetzt kommt die Antwort vom Versascher, die kam, 11.05 Uhr, gucken wir mal die Zeit, das hätte ich früher machen, 11.07 Uhr, super, hat sich also sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Erzähl einen Witz, ist deine Top-Prio, vielleicht ist dann Mobilität einfach nicht zu deinen Dingen. Und Leute, das war für mich harter Tobak. Ähm, ja, das ist, das liest du dann so, auf Twitter, vom Head of Digital Transformation bei Daimler. Ich weiß nicht genau, was ein Head of Digital Transformation macht, ähm, der war vorher Head of Content, auf Digital Content, ähm, digitale Transformation ist ja eigentlich ein wichtiges und sehr, sehr krasses Thema, weil es für einen Umbruch in der ganzen, ja, Industrie sorgt und ich irgendwie nicht den Sprung von Head of Content zu Head of Digital Transformation verstehe, noch so richtig, was er macht. Ich folge dem jetzt nicht so intensiv, ähm, tatsächlich. Schwer zu sagen. Zwei Gefällt mir Angaben, würde ich ja gerne wissen, äh, wer das, äh, geliked hat. Und, ähm, naja, was habe ich geantwortet? Moment. 11.10, obwohl es ging. 11.07 zu 11.10, meine Antwort, das ist deine Antwort. Aber klar, wenn man sonst keine Argumente mehr hat, äh, würde ich mich auch darauf stürzen. Vielleicht solltest du mehr Tech-Blogs lesen, dann bekommst du vielleicht auch eher mit, was andere Hersteller so machen, weil, ähm, ja, kann man jetzt sagen, wer mir sagt, hey, vielleicht ist Mobilität nicht dein Ding, da habe ich gedacht, dann sage ich ihm doch mal, hey, vielleicht liest du mehr Tech-Blogs, dann weißt du, was andere Hersteller so machen. Äh, damit war die Sache für mich eigentlich im ersten Moment gegessen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen, hm, jetzt haben wir so, er hat einmal, er hat einmal ausgeteilt, ich habe einmal ausgeteilt, dann dachte ich, werden wir mehr oder weniger quitt. Naja, stellt sich raus, waren wir nicht. Darauf antwortet er nur noch, jo, daran wird es liegen. So, und dann dachte ich, okay, vielleicht kriegen wir das, vielleicht kriegen wir das noch gerettet. Ne, weil, ne, mir ist klar, dass der Sascha, hey, und vielleicht guckst du es ja, Sascha, mir ist klar, dass du Tech-Blogs liest. Ich denke mal, das wird sich bei dir nie geändert haben. Ich denke, du bist immer noch einer der bestinformiertesten Menschen. Ja, doch, eigentlich denke ich das. Also, deswegen kann ich diese erste Aussage das Beste, was die Branche zu bieten hat, nicht so verstehen. Aber hey, ich denke, ich denke, du liest eigentlich noch Tech-Blogs. Sollte man erkennen, dass das, naja, auf jeden Fall habe ich geschrieben, ja, genauso wie Mobilität vielleicht nicht mein Ding ist. Einfach um zu zeigen, hey, da habe ich mich gerade ein bisschen, ein bisschen, ich habe mich ziemlich beleidigt gefühlt, um mal ganz ehrlich zu sein. Dann habe ich noch geschrieben, kommt noch was mit, kommt noch was zu, dem mit Abstand, was die Branche zu bieten hat. Ich glaube, da fehlt, da habe ich schon gar nicht mehr richtig zitiert. Da merkst du so langsam, dass es mich dann doch alles ein bisschen getroffen hat. Dann noch darunter, wer so ein Statement raushaut, sollte es auch begründen können. Weil ganz ehrlich, wer so ein Statement raushaut, also entweder ist das Marketing bla bla, oder du glaubst es wirklich. Aber das kann ich jetzt immer noch nicht sagen, was es denn nun ist. Dann habe ich gedacht, danach, okay, 11.19 Uhr, dann habe ich vielleicht noch gedacht, okay, ich mache hier, ich baue goldene Brücken, gilt übrigens immer noch das Angebot. Ich baue goldene Brücken, 11.41 Uhr, also ungefähr eine halbe Stunde später, weil ich dachte, ja, das kannst du doch jetzt nicht so im Raum stehen lassen. Du willst dich, du willst doch eigentlich, eigentlich will ich ja, weil Mobilität, hey Leute, Mobilität ist mein Ding. Ich bin super viel im Auto unterwegs, ich habe super viele Autos getestet, ich mache das gerne, ich interessiere mich dafür in jedem Belangen. Naja, deswegen habe ich noch einen letzten Tweet abgesetzt, so versucht es zu retten. Dann habe ich geschrieben, was hältst du davon, wenn wir ein Video-Podcast zu dem Thema Sprachassistent slash Infotainment-System machen? Also sowas, wie ich jetzt hier mache im Prinzip. Das MBUX gehört ja zu den besseren Systemen und ich denke, es wäre spannend zu hören, was noch so alles kommt und wie du den Markt aus der Perspektive Daimler so siehst. Das war so mein Versuch, das Ding nochmal irgendwie zu drehen und ja, hat nicht so geklappt, will ich sagen, muss ich sagen jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht, ich habe das mal kurz intern besprochen, ich weiß gar nicht, ich kann, es ging nämlich weiter. Die Geschichte, ihr könnt euch das denken, die ist hier noch nicht zu Ende. Was ihr bis jetzt, was bisher geschah, nochmal kurz die Zusammenfassung. Jemand, der bei Daimler arbeitet, behauptet, das System wäre das Beste, was die Branche, mit Abstand das Beste, was die Branche zu bieten hat. Ich sehe das an, das Versuch herauszufinden, warum er so sieht, die ganze Frage wird umgedreht und ich soll rechtfertigen, warum ich glaube, dass was anderes besser wäre. ich tue das und dann kommt danach keine Antwort mehr. Es wird beleidigend, es wird beleidigend. Leute, warte mal, für den Effekt. Nein, Moment. Für den Effekt. Ich habe, sorry, also das ist, wenn ihr meinen Podcast hört, ich weiß nicht, oder wenn ihr jetzt das Video zum ersten Mal seht, dann guckt ihr vielleicht mal auf der Webseite markkreuzer.de. Wisst ihr, das können wir doch nochmal machen, vielleicht gar nicht so für den Effekt hier. markkreuzer.de. Also zum einen können wir mal anders machen, mobilegeeks.com slash autor slash mark Das bin ich. Das ist der, dessen Mobilität nicht so sein Ding ist. Schauen wir mal, was wir haben. Nein. Oh nein. Ich habe mich vertippt. Das bin eindeutig nicht ich. Slash autor slash mark damit wir wissen, drüber gehen. Also mobilegeeks.de slash autor slash mark Das ist meine Seite. 131 Posts bei Mobile Geeks. Tatsächlich, der Sascha hat mich damals noch zu Mobile Geeks geholt. Ich bin gerade im Private Mode. Ja, was sind hier so die letzten Artikel von mir? Elektro Auto Vergleich Audi, Jaguar, Mercedes, Porsche, Tesla, Polestar 2 Testfahrt, Rolls Royce Cullinan, Porsche Taycan Turbo, die neue Referenz für Elektro Autos. Fahreindruck Opel Corsa E, Elektro für alle. PCM bringt alte Porsche auf die Höhe der Zeit. Porsche Entwicklungschef, Tesla ist kein direkter Konkurrent. Fahreindruck Opel Grandland X Hybrid 4, ein blaues Licht geht an. Dieses blaue Licht. Mercedes Vision AVTR, was soll der Quatsch? Da könnte ich, da habe ich einen Podcast zu gemacht. Den könnt ihr euch gerne anhören. Mein CES Podcast. Ansonsten hier, BMW blickt in die Zukunft auf der CES. Vergleich Jaguar I-Pace versus F-Type. Ich nehme mir immer so viel Zeit mit diesem ganzen Ding hier. Ich versuche hier informative Artikel zu schreiben, die hier technisch anspruchsvoll sind. Oder wisst ihr was, der Artikel ist gut, aber hier auch der Porsche Artikel. Ich nehme in meiner Freizeit Freunde, bin ich mit am, ja, rekrutieren, dass die hier, die Fotos hier, Jonas Speck, das sind keine Porsche, wie die, keine Porsche Fotos. das, okay, das hier sind die, die Explosionszeichnungen sind von Porsche, aber hier die ganzen Bilder zu den Artikeln und sowas. Da fahre ich stundenlang mit meinen Kumpels durch die Gegend, um solche Bilder zu machen. Alter, guckt euch den Porsche Taycan hier an. Hier von dem Display. Das ist, das ist einfach, weil, weil mir das Spaß macht, weil ich denke, das ist spannend für andere Leute, auch mal ins technische Detail zu gehen, also nicht nur oberflächlich zu beschreiben, der Porsche fährt sich wie ein Porsche. Ja, klar, dass ich ein Porsche sportlich fahre, aber warum? Was ist das Krasse hier bei den Elektromotoren mit einer Herpin, ähm, Wickelung im Prinzip, damit weniger Luft und mehr Kupfer aufeinander ist, besser in der Wärmetransport. Guckt euch die Bilder an. Also für die Leute, die meinen Podcast jetzt gerade nur hören und die nicht das YouTube-Video gucken, ähm, einfach der Hinweis, wie gesagt, auch hier, ne, das ist so ein Bild, wo man denkt, ja, okay, aber hier, es geht um die, es geht um die Bremse hier. Diese Porsche Coated, wie nennen sie die nochmal? Porsche Surface Coated Brake, sowas. Eine extra für Elektroautos, auch sehr spannende Bremse, die nicht das Rosten anfängt, weil die mit Wolfram Kabit, ähm, überzogen ist. Und der Sound, guckt, dieser Artikel hat 4000 Wörter, Mann. 4000 Wörter. Na, jetzt mal hier, gerade auf markkreuzer.de, das ist da, wo ihr entweder, also wo ihr die Shownotes findet, hier auch Episoden. Und ich glaube, das hier ist jetzt der 43. Podcast, den ich mache. Ich weiß es gar nicht genau, aber hier seht ihr das auch nochmal. Und zwar, warum mache ich das? Weil ich dann manchmal denke, okay, der Artikel bei Mobile Geeks, der geht mir manchmal noch nicht tief genug, weil irgendwo, also gerade diese 4000 Wörter beim Porsche, das ist eigentlich Overkill. Ähm, das ist richtig intensives Zeug. Und manchmal denke ich, ja, das sagt aber vielleicht noch nicht alles. Ähm, deswegen mache ich dann noch einen Podcast dazu oder mache noch ein Video dazu. Hier, ähm, gucken wir mal gerade einfach so ein bisschen durch die Episoden durch. da siehst du hier Polestar, Porsche, Mercedes EQC, ähm, Tesla, Audi e-tron, Rolls-Royce, Ford Mustang. Hier mal so ein Thema, äh, Tempolimit, Tesla, Porsche, BMW, BMW i8. Ja, also, es ist, jetzt gerade hier, gehen wir nochmal auf den EQC drauf. Vielleicht, versteht ihr gerade, warum ich mich darüber so aufrege, wenn mir dann jemand, jetzt muss ich auch gucken, dass ich sachlich bleibe, wenn mir dann jemand sagt, vielleicht ist Mobilität einfach nicht dein Ding. Warte mal, ich habe doch noch hier, ja, Sekunde. Puh. ist harter Tobak. Also für mich ist es harter Tobak. Ähm, und, die Geschichte geht noch weiter. Jetzt kurz nochmal hier der EQC. Zu dem EQC, Mercedes EQC, viel besser als sein Ruf. Ähm, ich will ja nicht sagen, dass ich Dankbarkeit von jemandem erwarte, der bei Daimler arbeitet, interessiert mich am Ende tatsächlich nicht. Das ist auch, das ist auch Journalismus hier. Das ist Pressearbeit. Das ist nicht Influencer-Scheiß. Sorry. Aber das ist, ähm, deswegen, wie wurde der Wagen bitte vorher zerrissen? Und ich habe in dem Wagen drin gesessen, habe ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, ich verstehe das gar nicht. Der EQC ist, äh, stopp. Hör auf zu erzählen, Marc. Hör auf zu erzählen. Ah, Entschuldigung. So. Ne? 33 Minuten nochmal Video. Hat tatsächlich auch 3600 Aufrufe. Also das war, ähm, das war mit Kommentaren, das ist übrigens, übrigens, für die Leute, die gerade auf YouTube zugucken, das ist für mich persönlich auch einer der Gründe, warum ich das so gerne mache. Ich rede gern mit euch. Ich diskutiere gern. Ich versuche gerne Sachen zu lernen, was Neues zu verstehen, andere Perspektiven zu sehen. Ich sage nicht, dass ich, äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber es geht mir halt einfach darum, ähm, ich will mich weiterentwickeln. Ich will hören, was ihr so seht, ähm, ja, ähm, hier, das hat er das hier, die Nummer, von dem, der sich die EQC bestellt hat, der jetzt, nachdem er meinen Artikel gelesen hat, hält sich die Vorfreude in Grenzen, wo ich gesagt habe, nein, das wollte ich nicht. Ich hoffe, er freut sich weiter über das Thema. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier nochmal einfach, auch die, die Fotoshootings, die ich da mache, auch hier wieder alles Fotos, die der Jonas Speck gemacht hat, ähm, hier das MBUX. Äh, ja, Leute, also ich hoffe, die, die es gesehen haben, die wissen, dass Mobilität mein Ding ist und durch das, oder deswegen war mir das auch jetzt gerade so ein bisschen wichtig, weil es steht halt im Internet so drin und das von jemand, der bei einer, für mich von außen, wenn jemand Head of irgendwas ist, ist das für mich eine hohe Position normalerweise. Keine Ahnung, wo der Sascha jetzt im Organigramm von Mercedes tatsächlich steht, kann ich euch nicht sagen. Das hat, ich fand's harter Tobak. Vor allem, jetzt kommt der nächste Punkt, der mich so ein bisschen, ähm, stört, weil es, ganz ehrlich, mit dem Punkt hier, nachdem er darauf nicht mehr geantwortet hatte, habe ich gesagt, ja, okay, war's, äh, die, dieser Diskussion, diese Diskussion ist für mich jetzt irgendwo vorbei, brauchen wir nicht weiter drüber reden, ähm, ja, war's dann aber nicht, ähm, war aber dann nicht vorbei, weil, LinkedIn, also ich hab's natürlich nicht vergessen, hey, und, ähm, ihr merkt schon, es hat mich auch getroffen, trifft mich immer noch, ähm, und ganz ehrlich, vielleicht seht ihr das ja anders und schreibt, hey Marc, Mobilität ist dein Ding, ähm, ich hab, mit der Nicole, der Chefin von, äh, Mobile Geeks geschrieben, die mir nochmal versichert hat, Marc, deine Mobilitätsdinger sind gut, äh, lass dich nicht, ne, ich, ich zitiere das jetzt nicht, ähm, oh, was passiert jetzt? Nein! Oh Gottes Willen, ich hab Windows Lock gedrückt, das ist so mit Abstand das Schlimmste wahrscheinlich, was in einem Livestream passieren kann, äh, beziehungsweise ist ja nur eine Aufnahme, aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, so, wo wollte ich hin? Ich, genau, ich wollte, äh, LinkedIn, ich glaub, das ist er sogar noch, nein, ah, verdammt, äh, Sekunde, ähm, ja, warum erzähl ich überhaupt weiter? Also für mich wäre die Sache da eigentlich schon fast, äh, vorbei gewesen, war sie aber nicht, weil der liebe Sascha, kurze Sicherheitsprüfung, ja, ihr seht, das ist live, äh, tatsächlich hat das Ganze eigentlich als Test gestartet, aber wie so oft bei meinen, äh, Tests, ähm, nein, so, äh, wie, ja, 5,4 Sekunden, ja, okay, ich bin kein Roboter, ähm, wie so oft bei meinen Tests ist es dann wohl doch so, ähm, dass die dann doch meistens die Eigendynamik bekommen und ich denke, hey, One-Take-Videos, weil das mache ich so gerne, das ist auch so ein Unterschied, wenn ihr euch meine Videos anguckt, das sind in der Regel alles One-Take-Videos, One-Take-Porsche, One-Take-EQC, One-Take-Polster, einmal Kamera angemacht, erzählt und nicht hundertmal drüber gelabert, ähm, der Sascha hatte hier, ah, nein, ich kann es euch nicht zeigen, es ist keine Aktivität mehr, äh, okay, müssen wir gerade mal, äh, hier hingehen, auf meinen Nicht-Private-Browser, und, ähm, der hat nämlich heute wieder was bei, ähm, bei LinkedIn gepostet, wisst ihr was, Copy-Paste, naja, bringt das was, gucken wir mal, äh, bei LinkedIn gepostet und da habe ich was drunter geschrieben, ähm, mal sehen, ob ich euch das Video zeigen kann, weil es ist tatsächlich spannend, das Video, da habe ich den, äh, leider habe ich es nicht gescreenshottet, was ich ihm drunter geschrieben habe, deswegen weiß ich es, äh, nicht mehr, ähm, ist schon mal ein kurzer, äh, ein kurzer Fortschritt, dass ich wieder auf das Profil von Sascha kommen konnte, weil er mir eigentlich eine Nachricht geschrieben hat, dass er mich blockiert hat, oder er hat mich auch blockiert, ach, warum sehe ich das denn jetzt nicht mehr, hä, hat der Sascha diesen Artikel gelöscht? nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, äh, Leute, Beiträge, da muss ich gucken, der Sascha kommentiert sehr, da ist es, da ist das Video, der Augmented Reality Head-Up Display, das ist das, was jetzt in der neuen Mercedes S-Klasse kommt, und ich hoffe, ihr könnt das gerade sehen, das ist tatsächlich sehr cool, Sound machen wir mal aus, hier, ihr seht das, der zeigt euch jetzt hier die Kamera mit drin, er macht euch jetzt hier, ja, das ist normal, das können die heute auch schon, aber hier, er blendet euch die Straße nochmal ein, dass ihr seht, dass ihr gerade dieses Active Lane Keeping Assist habt, und das hier, das wird der Oberknaller, Augmented Reality, die euch jetzt quasi, in die Fensterscheibe rein projiziert, wo ihr rausfahren müsst, und ganz ehrlich, oder hier wieder, da vorne links abbiegen, guckt mal, da hinten ist der Pfeil, das stelle ich mir megamäßig gut vor, Augmented Reality, wenn ihr das Video von mir mit dem EQC guckt, dann könnt ihr euch das auch schon angucken, da machen sie das momentan mit einer Kamera, die im Display drinnen ist, also die ihr auf das Navigationsdisplay, euch ein Live-Bild reinholt, und es dann in den, in den, ja, ins Bild reinhoppt, so ähnlich wie hier, nur dass ihr hier jetzt tatsächlich gerade, durch das Head-Up Display guckt, und das fand ich cool, ähm, hab ich auch einen Kommentar dazu gemacht, der Kommentar, ähm, hier schreibt der Sascha, the new Mercedes-Benz S-Class will feature the most advanced, augmented reality Head-Up Display in the industry, and I'm super excited for you to try it out, naja, mal hoffen, ob das auch für mich stimmt, ob ich das noch zum, weil das kommt nämlich der Punkt, warum ich mich so aufreg, ich hoffe, ich komme noch dazu, es zu testen. Over the last 10 years, I've had the chance to test, uh, and test and review various AR technologies, I even used a pair of Google Glass for over a year to find out, what an additional layer of information does to me. Trust me, and no need to take it with a grain of salt, you know that I'm biased. When I tell you that this is one, on a different level, and will fundamentally enhance your driving experience. To be honest, in terms of safety, this should become mandatory in every new car. Our developers did such an amazing job. Stay tuned for a launch event in December. und, ähm, ja, äh, ich kann seine Begeisterung ein bisschen teilen. Äh, spannend finde ich hier, dass er das sagt, äh, no need to take this with a grain of salt, äh, you know that I'm biased. Aha, aha, na, bei Twitter klang das eben noch ganz anders. Ähm, ob das jetzt wirklich verpflichtend in jedem neuen Auto sein müsste, hm, da kann man drüber streiten, das sehe ich anders. Ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, dass das hier auf einem anderen Level ist. Das glaube ich. Wobei, ähm, hier, Sascha, falls du zuguckst, ich weiß gar nicht, wir können ja mal Kommentare unten abmachen und mal hören, ob er zuguckt. Vielleicht kommentiert das. Ich würde mich freuen. Ich bin an einem Gespräch interessiert. Ähm, VW ID3, wie lange sind wir denn jetzt schon dran? 30 Minuten. Noch geht das. Für einen Podcast sind wir jetzt so in der letzten Viertelstunde drin. Ähm, so, seht ihr, habe ich mir auch schon angeguckt. Äh, weil, äh, ganz ehrlich, mit dem ID3 habe ich mich noch nicht so viel beschäftigen können. Volkswagen und ich, wir sind auch nicht die besten Freunde. Vielleicht liegt es, vielleicht liegt es doch an mir. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das läuft. Ah ja, hier seht ihr gerade dieses Werbevideo zu dem ID3. Ähm, der elektrische, ja, Kleinwagen von, ja, äh, von VW. Äh, Strompedal, Bremse. Ja, ist okay, lass laufen. Jetzt kommt's. Achtung. Ja, er beschleunigt. Sie lachen. Alle Leute sind glücklich, Werbevideos. Leute, was? Okay, aber Achtung. Aber Achtung. Da! Seht den ein. Es war so kurz. Ich kann nicht zurückspulen. Ich kann nicht zurückspulen. Für mich sah das aber tatsächlich so aus, als ob der auch ein Augmented Reality Display drin hat. Habt ihr diesen Fall gerade gesehen? Um Gottes Willen. Warum kann ich den hier nicht zurückspulen? Äh. Also, ähm, wird spannend zu sein, ob das wirklich, äh, die S-Klasse das einzige Auto ist, was das so kann, oder ob VW jetzt diese Technik auch hier ins, ja, äh, ins Kompaktsegment bringt. Also jetzt ist das Video gleich nochmal durchgelaufen. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt bloß schnell genug sein. Da! Nein! Oh, ich bin ein Idiot. Äh. Sorry, Leute, man muss tatsächlich hier unten auf die Pause-Taste drücken. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich zu diesem Video, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, und ich gebe zu, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen auf Krawall gebürstet gewesen, weil ich, na, das kann man nicht sagen. Das war nicht, äh, es war ja nicht unsachlich, was ich geschrieben habe. Ich hoffe, gleich hat er Sascha einen Screenshot gemacht von dem Artikel, von meinem Kommentar, bevor er ihn gelöscht hat, weil damit fängt es ja schon an. Äh, löschen von Kommentaren ist halt auch so eine Sache, ähm, da, jetzt habe ich mal auf Pause gemacht. In 150 Meter rechts abbiegen. Ihr seht hier auch ein Head-Up-Display. Und das hier, das ist tatsächlich krass. Ihr seht dieses, diese Abbiegepfeile da vorne, 150 Meter rechts, mitten auf der Fensterscheibe. Das könnte sogar bedeuten, dass das Augmented Reality, anders als ein Mercedes, was nur hier in diesem kleinen Fenster funktionieren wird, so wie ich das gesehen habe, dass die, das VW tatsächlich die ganze Fensterscheibe nutzt. Aber hey, was weiß ich schon, Mobilität ist nicht mein Ding. Oder vielleicht ist es nicht mein Ding. Doch, Leute, es ist mein Ding. Und ich weiß nicht, wie vielen Leuten das hier aufgefallen ist, in diesem Video, dass hier Augmented Reality gezeigt wird, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, werde ich ein Auge drauf halten. Naja, ich habe in einem Kommentar drunter geschrieben, ich kann ihn euch leider nicht mehr zeigen, wie gesagt, 27 Kommentare, 5002 Ansichten. Da weißt du auch, warum der Sascha es wahrscheinlich gelöscht hat, weil er nicht damit klar kann, weil ich geschrieben habe, sinngemäß habe ich sowas geschrieben, hey, ähm, anders als bei deiner Ansicht zu dem Mercedes, hey Mercedes, äh, Voice Assistant, äh, ist der, wo ist Bull, BS, habe ich geschrieben. Leute wissen, Abkürzung BS, Abkürzung BS steht für Bullshit. Habe ich geschrieben, sieht das hier, was ihr da bei Mercedes hier mit dem Augmented Reality zeigt, sieht tatsächlich nach dem Besten aus, was im Moment die Branche zu bieten hat. Das habe ich gesagt, hey, ist ja auch ehrlich, aber der Voice Assistant, ja, ähm, bin ich nicht der Meinung, dass das MBUX das Beste ist, was die Branche zu bieten hat. Das ist, kann man drüber diskutieren, könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das seht. Ich persönlich sehe das so, dass ein Auto durchaus eine Persönlichkeit haben sollte. Das wird bei Mercedes auch probiert. Mercedes kann durchaus auf so Fragen antworten, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie findest du BMW oder sowas. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding nicht in der Lage war, ähm, einen Witz, äh, einen Witz zu erzählen. Ähm, das ist live. Einen Witz zu erzählen, ähm, ich glaube, da kam immer sowas wie, deutsche Ingenieure sind nicht für ihre Witze bekannt. Was ich doof finde, ich bin Ingenieur. Nein, Spaß dir, Marc. Ähm, ich bin Ingenieur. Zweimal. Und ich find, ich find, und ich find mich witzig. Ja, ähm, zurück, ähm, ja, zu der ganzen Geschichte. Ähm, kann man drüber diskutieren. Ich bin immer noch der Meinung, wer so ein Statement raushaut, ist das Beste, was die Branche zu bieten hat. Der sollte das, ähm, naja, Moment, die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Was ist als nächstes passiert? Ähm, Kommentar wurde gelöscht. Ich bekam eine Nachricht, auf die ich nicht antworten kann, wo sinngemäß sowas drinsteht wie, ähm, hey Marc, hör bitte auf, mich persönlich anzugreifen. Äh, ich will nicht von dir persönlich angegriffen werden, nicht weiter persönlich angegriffen werden von dir. Irgendwie sowas, äh, deswegen, ähm, beende ich dir jetzt Kommunikation. Ich, äh, hab kurz mit einem Anwalt in der Familie gesprochen, ob ich den, äh, Chatverlauf hier auch, äh, posten darf. Vielleicht gibt der Sascha ja sein Okay. Ähm, meine Anwältin meinte, hm, lass es mal lieber. Deswegen lass ich es mal lieber. Äh, das stand sinngemäß drin und, ähm, ich, hey, das war die, und ich war sofort blockiert bei LinkedIn. Ich konnte gar nicht drauf antworten. Ich hab direkt drauf geantwortet, mehr oder weniger. Einen langen Text geschrieben, wo ich sage so, ähm, Moment mal, du beleidigst mich, Sascha, und jetzt versuchst du hier, das Opfer zu sein. Ernsthaft? Ähm, was hab ich dann noch weiter geschrieben? Ähm, ja sinngemäß, dass ich immer noch da auf eine Antwort drauf warte, ähm, eine Antwort drauf warte, warum das MBX das Beste der Ding ist. Eigentlich hab ich, das hab ich auch noch reingeschrieben, weil eigentlich hab ich mit einer Entschuldigung von ihm gerechnet. Ähm, ich bin mal gespannt, was ihr jetzt hier so in den Kommentaren reinschreibt. Ich mach's ganz öffentlich. Ich mach's, ich mach's, äh, ja, kann man drüber diskutieren, hab ich auch vorher mit Freunden drüber diskutiert, ob ich die Nummer überhaupt jetzt so öffentlich machen soll oder nicht. Naja, auf jeden Fall hab ich geschrieben, dass es mir bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich dann jetzt auf einmal noch blockiert hat, mir eigentlich egal war, und ich's mir jetzt aber noch mal überlege, ob ich damit jetzt wirklich so leben kann oder ob ich das machen soll. Weil ganz ehrlich, er arbeitet bei Daimler, Leute, da hab ich noch geschrieben, du arbeitest bei Daimler, wenn du öffentliche Daimler-Statements machst, dann werde ich, wenn ich's interessant finde, werde ich da weiter drauf eingehen. Sorry, du kannst nicht, stell euch mal vor, wenn jeder Hersteller den Journalisten sagt, nee, hier, die reden wir nicht mehr, äh, ja, ähm, und dann hab ich noch geschrieben, dass sie jetzt aufgrund dieser Nummer jetzt, weil ich hab ja, das Lustige ist, ich hab gesehen, dass er mich blockiert, blockiert hat, weil, äh, auf einmal war hier, stand nicht mehr sein Name da, ich konnte aber meinen Chatverlauf mit ihm sehen, ist ganz lustig, wenn euch jemand bei LinkedIn blockiert, dann, äh, seht ihr noch den Chatverlauf, ihr wisst also, wer das ist, aber da kam erst eine Mitteilung, möchten sie das annehmen, von dieser unbekannten Person, oder ist das ein Sicherheitsrisiko, ich so, hä, naja, und ich hatte noch reingeschrieben, ähm, dass ich mir überlege, ob ich das Ding jetzt doch nochmal irgendwie weiter aufgreife, diese ganze Story, und, ähm, da kam dann wieder sinngemäß, äh, dann hat er mich entblockt, hat sinngemäß sowas wie geschrieben, wie, ich hab dich jetzt entblockt, ähm, Marc, geht es noch, hier das jetzt nochmal aufzugreifen, Marc, das ist ein Scherz, oder? Ne, Sascha, es ist kein Scherz, ah, ich weiß, warum dir Rants so Spaß gemacht haben früher, ich, mir macht's auch ein bisschen das Ranten Spaß, es ist kein Scherz, weil ich, ähm, vielleicht verstehst du es jetzt ein bisschen besser, warum ich mich hier so beleidigt gefühlt habe, ähm, aber nicht nur das, das Beleidigen, da ganz ehrlich, da könnte ich drüberstehen, das ist nicht das Problem, naja, auf jeden Fall hat er auch mal eingeschrieben, es gibt hier, ich möchte nicht auf dem Niveau, äh, ein Sprachassistent sollte Witze erzählen, mit dir weiter diskutieren, so sinngemäß, ähm, wo schon wieder mit angedeutet wird, dass mein Niveau zu niedrig wäre, dass er sich damit auseinandersetzt, weil er nicht der Meinung ist, dass ein Sprachassistent Witze erzählen soll, dann kann das vielleicht, vielleicht kannst du ja begründen, warum ein Sprachassistent keinen Witz erzählen soll. Ich, wenn ich zehn Autos, ne, wenn ich sechs Stunden im Auto sitze, jetzt ist diese Woche passiert, vielleicht würde ich dann gerne mal, dass mir ein Assistenten Witz erzählt, ganz ehrlich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich bin sogar der Meinung, dass es übrigens, hey, hier, Daimler, wer auch immer zuguckt, mal hier so ein kleiner Tipp von mir, was ich geil fände, in einem Auto, in einem Sprachassistent, ich fände es lustig, wenn man ein Interaktionslevel angeben könnte, ein Level, ach, guck mal, Stift und Papier, wenig, viel, oder null, wo ich ein Level habe, wo ich sage, hey, wie proaktiv soll das Auto sein, ne, zum Beispiel, wenn ich sechs Stunden oder drei Stunden im Auto sitze, dass das Auto einfach mal von sich aus einen Witz erzählt, oder, hey Mark, du fährst gerade an Mainz vorbei, wusstest du, dass Mainz, sowas, das wäre mal ein Mehrwert, macht noch kein Autohersteller, hier, kostenloser Ratschlag für euch, wobei BMW, BMW geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung, das war ganz interessant, wobei, die haben es ein bisschen anders, die haben dann quasi, dass du irgendwo hinzeigen kannst, das Auto erkennt, wo du hinzeigst, kann das außerhalb des Autos rausrechnen, weiß, aha, du zeigst da auf das Café sowieso, und sag dir, hey, das ist das Café sowieso, soll ich dir einen Tisch reservieren, oder was auch immer, alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, wobei ich ganz ehrlich, hier, die Proaktivitätsskala, die könnte ich dir jetzt schon umsetzen, ich verstehe gar nicht, warum fragt mich keiner, aber, warum fragt mich eigentlich keiner, also, vielleicht ist Mobilität einfach nicht so mein Ding, keine Ahnung, vielleicht kann mir jemand sagen, dass es eine dämliche Idee mag, aber wenn ich, wie gesagt, lange im Auto sitze, fände ich es cool, wenn ich es einstellen kann, und dann von sich aus das Auto anspringt, und sagt, hey, erzähl, hier, wusstest du das und das, wisst ihr, und das ist das, was ich jetzt gerade schon wieder denke, wenn ich, jetzt gerade denke ich, wenn ich Tesla, wenn ich es schaffe, Elon Musk, dass der meinen Tweet sieht, dann macht er das vielleicht, das ist der Unterschied, ne, ich sage nur Joe Mode, hört euch meinen Tesla Podcast an, äh, dazu, ne, dann ist, da gibt es nämlich den Joe Mode, da wurde das reingebracht, per Over-the-Air-Update, das ist ja auch so ein Thema, MBUX Over-the-Air-Update fähig, in all der Zeit, die es das gibt, haben sie ein Feature-Update reingebracht, What Three Words, ähm, eine super Idee, keine Frage, aber so eine ähnliche, ähm, ja, Todgeburt wie die Swatch Internet Time, die älteren von uns, die können sich vielleicht noch dran erinnern, so, und jetzt ganz zum Abschluss, weil ich weiß, jetzt kommt vielleicht nämlich auch, wo ihr euch fragt, ähm, macht der Markt das hier gerade einfach nur, weil er hier rummeckern will, ähm, oder warum macht der Markt das eigentlich, ähm, und jetzt sage ich Folgendes, weil ich kann das nicht differenzieren, da steht Head of Digital Transformation, at Daimler, ne, das war eindeutig, ne, Work Statement irgendwo, und jetzt habe ich die Sorge, was ist, wenn der Sascha mit seinen Kollegen aus der Presseabteilung spricht, wo ich das Gefühl habe, die können mich eh schon nicht so richtig leiden, oder, äh, wo ich jetzt nach, einem Jahr gefühlt, endlich mal einen Ansprechpartner bekommen habe, der sagt, hey Marc, wenn du Fragen hast, schreib mir doch eine E-Mail, äh, aber nur zu einem MBUX, und die andere, die mir geschrieben hat, das war so eine, die sonst so mehr in die Richtung Blogger-Influencer geht, also ich habe überhaupt, ich habe überhaupt keinen direkten Ansprechpartner bei Mercedes, ähm, und jetzt habe ich ein bisschen die Sorge, dass ich auch keinen mehr bekomme, ähm, was schade wäre, weil, ich denke, Mobilität ist mein Ding, und ich, deswegen war mir dieser Podcast und dieses Video auch so wichtig, einfach um das zu zeigen, ähm, dass es mein Ding ist, und, ähm, ja, ich weiß nicht, wer sich das Video jetzt anguckt, ich weiß nicht, wer sich dem Podcast zuhört, vielleicht ist ja der Sascha dabei, und wir kriegen die Nummer aus dem, aus die Welt geschafft, ähm, ich weiß es nicht, ob du jetzt nach dem Video noch Bock drauf hast, das, ich habe ja auch geschrieben, für ein klärendes Gespräch bin ich gerne da, es kam keine Antwort mehr dann darauf, äh, nach sinngemäß, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, ähm, ja, das ist die Nummer, ich denke, Mobilität ist mein Ding, ich hoffe, die von euch, die 41 Abonnenten, die ich jetzt mir bei YouTube erarbeitet habe, wobei, das muss man dazu sagen, ich habe mit YouTube sehr, sehr spät privat angefangen, ich hätte das früher machen sollen, mit den Podcasts und den Videos, ich merke, dass das gibt richtig, ähm, pardon, das gibt richtig Views, ich, ja, das ist, äh, aber kann ja noch werden, ich arbeite weiter dran, und das ist der Kund, warum mich die ganze Nummer so aufregt, weil ich jetzt Sorge habe, äh, vielleicht mache ich mich auch einfach zu wichtig, ne, Sascha denkt jetzt, boah, Marc, du bist so ein Idiot, kein Mensch interessiert sich für dich, kann auch sein, ein paar Menschen, aber interessiert es, mich interessiert es extrem, weil ich denke, das ist hier eine wichtige Arbeit, die ich mache, ich denke heute noch, dass ich das anders als die meisten anderen Journalisten, Blogger, gerade als die Blogger, Journalisten sind in der Regel auch gut, ähm, Blogger ist immer so ein Punkt, ich habe da einen sehr journalistischen Ansatz, meiner Meinung nach, und, ähm, leg bei meinen Artikeln immer den Fokus auf die Technik, und, ja, jetzt klingelt mein Telefon schon wieder, es wird Zeit, 40 Minuten, wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, vielen Dank, ähm, ich bin mal gespannt, wie die Nummer weitergeht, äh, hoffe Daimler lädt mich noch weiter zu Events ein oder sowas, und, ja, hoffe mal, dass die Nummer sich vielleicht auch noch aufklärt, man weiß es nicht, erst mal, ich bin Marc vom Kramke Podcast, danke, dass ihr zugeguckt habt, und lasst mich gerne eure Meinung wissen, weil ich habe es ja gesagt, diese Diskussion mit euch, die macht mir richtig Spaß, macht's gut, bleibt gesund, gute Fahrt, bis bald. Bis bald.